Moin moin mein lieben herzlich willkommen wieder bei neuen part oder nächste folge von Minecraft Days ich bin Gute Sachse und wir werden heute weiter den haus hier wir haben angefangen zu Ende gemacht das ist ein tag nach wo habe ich kurz haben mich ein bisschen Inventar aufgeräumt ok nicht komplett aufgeräumt weil ich habe paar Sachen vergessen zum beispiel die die und die weil letzte folge haben wir in mine haben jetzt haufen sachen bekommen muss ich kurz abräumen dann habe ich gedacht komm ich mache euch nicht ich werde sowas nicht machen da weg räumen wie das machen wo soll ich hin sortieren konnte mir in ruhe mich konzentrieren um sortierung genau habe ich kurz sortiert ich habe mir steine genommen steine gebrannt sozusagen also in offen reingemacht von Bruchsteine auf der stein gekommen und bei lego sollte man Bruchsteine kurz nehmen nämlich 26 so was wollte ich noch mal sagen ja genau hier brennen schon seht ihr aber problem ist momentan hier wird gleich fertig hier ist schon wieder voll und so ich weiß nicht ganz genau was habe ich die letzte folge gesagt dass der weg werde wahrscheinlich auf stein und der boden auf ziegel glaube ich ne auf ziegel glaube ich weg werde dann machen wir schnell das weg werde aus ziegel und der boden in haus werde aus stein machen so also was brauchen wir dafür steine eindeutig und haben ja schon stick machen wir zwei sticks ich weiß nicht wie das werde ach komm noch eins schade nie so ähm was ich brauche noch sind die treppe wir werden das ganze stick für die treppe so 40 stück sollte für erste reichen auch nämlich alles was hier ist bis jetzt hergestellt worden so es sieht ziemlich gut aus so so viel taue das brauche ich nicht aber wir äh psel so fertig ich habe noch kurz in dieser zeit wobei ich einen tag habe nicht aufgenommen habe ich ein bisschen im metall gemacht sie meine hühner gefüttert moment mal stimmt hier was nicht ach du scheiße ich habe fälle gemacht hä ich glaube letzten war ein bug ah nein ich brauche ich bin so blöd ich bin so blöd na gut machen wir so diesen vielleicht irgendwann ändere ich das na gut sieht gut aus so jetzt wir werden denn endlich den weg machen also erstmal die das brauchen ich überhaupt nicht so ziegel aber was er einmal das bitte brauchen das was ich lass ich das leider das was ich brauche muss ich machen äh muss ich nehmen so machen wir erstmal vier erste vier ja war natürlich schon gewallert zack 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 so und natürlich hier machen wir noch den weg frei das sieht besser aus ja ich weiß die das wo kaputt ist absichtlich habe ich gemacht machen wir erstmal morgen zack 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 die monster kommen nicht jetzt momentan dann ist gut und dann ganz schnell verballern die ganze da ist platz ja genau upsala nein es wird problematisch wenn ich verballern ein stein daneben oder zu hoch wie hier dann bekomme ich 100 prozent bruchstein schauen wir mal an und wir bekommen natürlich bruchstein baby oder habe ich kurz gesehen so so zack boden fertig super läuft bei uns natürlich machen wir hier noch und hier und das brauchen wir nicht hier ja ich habe natürlich noch glas genommen weil wir wollen komplett fertig haben so sehr schön so sehr schön und Leute jetzt wird er glaube ich gleich knall kommen weil 1 perfekt hier machen wir weil ich will hier haben wir überlegt was kann ich hier schön rein machen das werde schön aussehen gut und schön aussehen jetzt weißt du was ich mache hier oben eine kleine so zu sagen so glas haus ja natürlich so mhm 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 so 2 2 3 2 3 3 3 3 4 5 5 5 5 6 5 6 6 7 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 16 14 15 15 16 16 16 17 18 20 19 18 So, da sind wir, schön gell, den Weg haben wir schon, jetzt ist es gut aus geworden und jetzt brauchen wir Axt, Alter, der Bau, das ist so schnell ab, das ist abhattig, so, hm, sehr schön, ich werde sagen, hier fangen wir sofort an mit den Häuschen, aber muss erst mal schauen, wie breit bin ich, abhauen, wie weit, 1, 2, ja, vielleicht bis hier, man, schauen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gut, sehr schön. Ja, das wird reichen, glaube ich, gleich schauen wir, ich brauche jetzt nochmal Stein, sonst ist es, geht nicht, so, und konnte sein, dass bald, wir werden, müssen überlegen, wirklich mehr langsam, wie will ich den Haus wirklich bauen, so, ah, schauen wir mal kurz, ich baue Umragung schnell, ob das ist okay, ob, oder will ich noch breiter machen, aber sollte theoretisch, glaube ich, passen, so, hey, wieso ist heute so schnell Nacht, na gut, lass, äh, nein, 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 passt überhaupt nicht, merke ich sofort, es passt überhaupt nicht zusammen, theoretisch, es ist okay, nur nicht diese Richtung, wie sollte er sein, weil ich finde es, viereckig, sollte länger sein, von hier nach hier sein, ah, nicht von hier nach hier sehe ich, oder ich, irre mich, aber ich sollte, ich merke, dass, von da nach da ist breiter, das gefällt mir nicht so besonders, könnt ihr einen Kommentar schreiben, wie ihr findet, aber ich finde, nicht so toll, äh, yo, komm, mach mir ein bisschen den Baum, äh, okay, hier haben wir ihn schon, sehr schön, öpsi, das wollte ich nicht, oh, lag me, Creeper, du bist so, scheiße, scheiße, weißt du das, jawohl, tot, jetzt musst du überträglich aufpassen, weil es ist Nacht, und die Zombies kommen sehr gerne, jetzt, äh, was machen wir, was mache ich, was mache ich, was mache ich, natürlich, weiter machen, aber, Problem ist, da, 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 Alter, wie viel, äh, wie viel Erde habe ich jetzt momentan gesammelt, ja, ich werde sagen, ist okay, ja, ich bin zufrieden, von der Größe, aber breiter muss er nicht, ich konnte sein, ich habe ein bisschen zu breit gemacht, ja, statt, statt, sechs, sollte ich, vier oder fünf machen, dann wird er noch, auch gerade, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, ja, sechs habe ich genommen, naja, kann man leben, das war mein Fehler, gut, naja, passiert, so machen wir den, komm, den, äh, Stein weg, natürlich, immer Grundlagen müssen gemacht werden, sonst anders geht nicht, ich glaube, mache ich noch eine, äh, Schaufel, aber die soll, die, weiß nicht, effizient, schneller sein, so, aber, ich überlege, wie soll ich machen, weil, ich überlege, ob soll ich hier, in dieser Seite, dicke Glas machen, und hier, die dünnen Glas machen, dann spart sehr viel Glas, und die Sand, weil, bald muss ich wahrscheinlich Sand machen, da rein, so, das war's, für erste, und machen wir weiter, mit zweiter Hälfte, ich glaube, mache ich komplett mit, mit dem dicken Glas, wird besser, viel besser aussehen, als mit dem dünnen, bei dünnen wird, wird das klappen, ne, das wird wegen Dach, Dach wird nicht so gut aus, aussehen, finde ich, und mit dem dünnen Glas, ist viel schwieriger zu bauen, wenn ist kaputt, dann ist kaputt, heute ist so eine dünne Spalte, und du musst genau auf die dünne Spalte reinmachen, sonst, äh, bist du am Arsch, so, habe ich die, haben wir, also, muss ich, ne, nicht jetzt, machen wir jetzt die unten, oh, habe ich nichts, schade, ich habe gesagt, habe ich noch was, aber nein, das war schon leer, so, 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 und das ist unser letzter Stein, Steiner, für heute, weil, ich glaube, es ist gleich, werde so eine, äh, aufgehen, aufgeben, glaube ich, aufgeben, das heißt, oder, ich weiß nicht, so, oh, oh, scheiße, scheiße, scheiß Zombie, ich muss noch mal, äh, Schwer verzaubern, vielleicht habe ich ein bisschen Glück, wir machen wahrscheinlich nächste Folge, ja, ja, ey, ich sehe, euer Ernst, jetzt kommt ein Haufen Zombies, ja, vorher ist kein Zombie gekommen, nein, natürlich, jetzt kommt ein Haufen weiter, Eieieiei режimen und mir, hm, ich habe gesagt, reichen uns, devotees, aber leider, dieses Stückchen kann Und außerdem ist es schon taggleich, es ist schnell was, dann rennt es schnell nach hause und wir werden uns wahrscheinlich gleich in der nächsten Folge sehen, weil ich versuche immer jede Folge, nicht alles schaffen, was ich vorhabe, aber ich versuche das so schnell wie möglich machen, manchmal braucht man das Zeit bis zu aufbauen, es ist kein Fehler zu machen, so, so mein Lieben, das war's, danke schön, dass ihr noch zu künften wollen, und so weiter, von mir, das war's, seid gut, seid gesund und zeig nicht zu viel, ciao!